Musik Mein Name ist Karl-Heinz Madrer, ich bin hier der technische Leiter und Prokurist bei der Neumarkt der Lambsbrähe. Wir sind seit mehreren Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, 100% im Bio-Bereich. Das heißt, wir haben ausschließlich Erzeugnisse oder Rohstoffe, die wir im Bio-Bereich einsetzen. Es ging eigentlich los aus Kapazitätsgründen. Wir haben ja vorher im Prinzip in unseren Drucktanks die Limonaden angesetzt und angemischt. Da hätten wir die Drucktankkapazität erweitern müssen, letztendlich auch irgendwo die Lagerkapazität erweitern müssen. Und um den stetigen Zuwachs praktisch bewältigen zu können, relativ in kurzer Zeit das auch umschlagen zu können, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns eine Alternative überlegen. Und das war eben dann die ContiFlow, wo wir im Batchbetrieb dann direkt auf den Füller fahren können und uns somit im Prinzip Lager- und Drucktankkapazitäten schonen konnten. Ja, also dieses Handling war für uns natürlich, ist für uns schon ausschlaggebend, weil wir natürlich ausschließlich, wie ich schon angesprochen habe, Bio-Rohstoffe hernehmen. Das heißt, wir haben also keine konfektionierten Einsatzstoffe, sondern wir mischen im Prinzip jede Grundstoffsubstanz sozusagen händisch an. Das bleibt uns nach wie vor. Das müssen wir natürlich auch nach wie vor machen. Aber natürlich, insofern ist das alles jetzt mittlerweile durch die Sirupanlage, die wir dazu gebaut haben und den ContiFlow verautomatisiert. Das heißt, wir mischen die zwar an, setzen die in einem Ansetztank an, aber alles andere läuft dann vollautomatisch ab, bis einschließlich praktisch zum Füller. Die hohe Dosiergenauigkeit der ContiFlow bringt uns natürlich große Einsparungen in den Rohstoffkosten. Man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Bio-Rohstoffe natürlich wesentlich teurer sind als konventionelle Ware, die ich also auf dem Markt kaufe. Entsprechend ist natürlich auch unser Bestreben, dass wir da möglichst genau dosieren, dass wir also da möglichst die Einsparungen auch haben. Das können wir. Für uns eine wichtige Sache, die Qualität, dass die also noch eine große Rolle bei uns spielt. Wir wollen auf der einen Seite natürlich die wertvollen Inhaltsstoffe der Grundstoffe aus dem Bio-Bereich natürlich schonen. Oxidative Vorgänge sind da ganz wichtig. Insofern haben wir die ganze Sirupanlage so konzipiert, dass wir also auch entgasen. Das heißt, wir schicken praktisch Kohlenzäure durch diese Batchtanks durch und bringen dadurch mehr oder weniger zu 100 Prozent, kann man fast sagen, den Sauerstoff aus dem Sirup heraus. Fahren dann praktisch mit entgasstem Wasser auf den Wichser drauf, sodass wir also eine sehr, sehr sauerstoffarme Abfüllung garantieren können. Wir haben also sehr große und, ich sage mal, sehr genaue Garantiewerte gefordert. Die wurden zu 100 Prozent eingehalten, teilweise sogar übertroffen, was wir gar nicht vermutet hätten. Also wir sind gerade von der Abnahme her absolut begeistert. Also da gab es überhaupt keinerlei Abstriche. Die Ideen, die wir gehabt haben, sind durch den sehr guten Kontakt und durch die guten Gespräche und den Austausch mit den Leuten von Krones so umgesetzt worden, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das war eigentlich eine wichtige Sache für uns. Krones hat uns da in dem Bereich wirklich gut geholfen. time- Untertitelung des ZDF für funk, 2017